Heilige League of Legends Von oben, von oben, von oben Heilige Scheiße So, willkommen zurück zu Let's Play Microvolts Mit Lars Ja, ich bin doch gerade... Nein, jetzt bin ich da Und das geht hier ab Wir spielen hier eine Bomben-Schlacht mit einem von uns, der ist Terrorkeks Und das las ich schon Hallo Lars Ja, ich weiß, dass ich gut bin Ähm... Du-du-du-du Ich... Alter, warum werf ich der Granaten in sein, das ist sinnlos Weiß ich nicht Weiß ich nicht, ach du, hier kommt Nico gleich in die Ecke geratscht Vorsicht Nee, der ist noch nicht Kameratrick No, hast du auch gerade die Stimme gehört? Ja Ja, das kann doch nicht tun Ja, das kann doch nicht tun Ja, das kann doch nicht tun Hast du nicht genug drin? Ja, die Trolle Leute, das Achter Achter? Achter? What the fail, wies in der Abwehr? Nein! No, wies in so... Kann man da längst? Er hat die Bombe eh gleich gelegt, wir müssen mit Töten, wir müssen die Bomben schafft Ja, ich wusste ja nicht, dass ich Abwehr bin Ja, die Bombe wurde gelegt, ich gehe schnell Ich gehe zu 2 Ich gehe zu 1 Ist er da? Bei 2? Wenn er die Bombe ist Ich gehe zu 1 Junge, ich dachte du willst zu... Alter Hier ist er, hier ist auf die Bombe Nein, ich bin gewonnen Jetzt in Schärfen Kann ich in Schärfen? Kann ich in Schärfen? Ah doch Oh nein, jetzt haben wir Zack Hey, wir haben jetzt noch einen Paarer zugedäunt Und... Wui! LOL Die Unfair ist das denn bitteschön Wieso? Ja, guck mal aufs Level 51er, heilige Scheiße Wie noch noch abwehrerschöpfen Naja, scheiß drauf Ja, wir werden so eine Runde haben schon gewonnen Hey, yeah, eine Runde Wow Oh, echt schön Da ist so mit der, wenn man sich so hinschelt Da ist einer, da ist einer Hab ihn getroffen Nein, trollelein Hier ist der mit der Bombe Das ist Nico Ha, ich hab ihn nicht Nein Er hat mich Nein, er hat mich auch Mal eben gucken Das schafft ihr Nice, noch einer Nein Nein Oh, scheiße Scheiße Nein, geil Die Map ist, finde ich, zumindest haben wir Nice Der schreibt erstmal Naze Shut up Ich kann springen, denn ich bin das Spring-Monster-Keks-Monster-21 Ja, so heißt der bei League of Legends Bei League of Legends Oh, von oben, von oben, von oben Heilige Scheiße Ich bin weg, ey Ja, ich bin weg, ey Ja, wir haben jetzt schon viel kackt Wir haben vor allem so Hammer, so ein Pro jetzt hier auf Level 5 Der, jetzt hier uns Hammer, geil, beschützt Ja, nice, ey Oh, du Lacker, ey Das ist so ne geilen Team, wie es Lila hat, ey Da ist zweiter Terror-Keks Nooo Ah, das heißt nicht Terror-Keks, das heißt Terror-Keks Terror-Keks Der eine 50er gekommen ist, einer zu sagen Das war ein bisschen von oben Nee Nicht echt von oben Ey, guck mal geil, wo ich mich in geschützt habe Okay Das ist so geil So wurde mal Das ist da hochzampfen Nee, der mich zu glücklich, die wollen nicht Die wollen nicht Dingensen, ne, Bumsen Schau, Niko Oh, so leih Jetzt drehen wir mal durch, ey Was willst du, was willst du Das heißt nicht wirklich bitter Lars Mars, Alter Ja Der heißt Lars Mars Lars Mars Lars Mars Lars Mars Lars, wir sind Warten mal kurz Darf ich hier links noch? Darf ich hier links noch? Wie kommt man da jetzt runter? Bring dich selbst um Geht das? Na, Leute, schaffe ich nicht. Die geschützten jetzt alle die Bombe. Ja, doch, du killst alle. Ja, mit 84, ich hab den nicht. Vorsicht. Ach, schade. Hey, ich auch. Was ein Wunder. Lars Mars. Wie heißt du? Ich heiß auch Lars. Ich auch. Nee, wie kommen wir denn da rauf? Alter, wie kann man sein? Alter, Tom, Tom schreibt erstmal ich nicht. Alter. Wo wurden sie verdrugen? Nee, man ist es zu Recht. Ich sehe mal ein Geschnauzhefen. Trollaloy. Lass mich raten. Tom? Nein, nicht. Tom. Tom, Tom? Tja, loser. Scheiße, nein. Nein. Da bin ich mir da... Nee, Thomas. Vielleicht. Komm mal, Lars. Boah, was denn? Lars Mars lebt noch. Ja, ich weiß. Ich bin sehr will nicht leben. Er kämpft ohne Tod. Lass die mal alle so weggeschottkant werden, ey. Lars Mars, alter. Ey, das ist so bitter. Alter. Na und, ey. Allein will ich den Namen schon sehen. Ich bin da... Ich wollte mein Clan, nö. Ich wollte mein Clan. Hey, Lars, dreht dich mal um. Nein, ich hab mich hier direkt schon nicht umgedreht. Ja, Lars Mars ist schon erfolgreich gestoppt. Das schockt mich gegen diese ganzen Echtgeldsuchtis, ey. Ah, die VOKW 79 da. Das schockt mich gegen diese Opfer. Oh, weißt du was? Weißt du was? Ach, sie ist schon zu Ende. Das ist immer mal schnell. Geil. Oh, die bin level up. Jawohl, die bin level up. Die bin level up. Ja, ich hab mich level up. Geil. So, ich hab hier irgendwas kapseln. Was kapseln. Oh, nein, was mach ich hier in der Kapsel? In der Kapsel, keine Ahnung, kapselnst du ein bisschen. Nee, geh mal raus, geh mal wieder auf die Lobby. Klick. Geil, geh mal wieder auf die Lobby. Auch, du musst so so Rocket Tokens machen. Ja, alter, das kriegst du nicht. Wir sind kein Echtgelds auf dies. Nicht so wie es, nie, tro. Aha. Okay, das war's für dieses Micro-Wolts-Let's-play. Bilas. Jo. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Irre.